Ich mache jetzt los. Einblick in das teuerste Haus Deutschlands. 164 Millionen Euro. Großart. Berlin? Bestimmt Berlin. München. Da steht es so groß. Ja, kann er. Immer noch ein Profi, wenn es um das Thema Reakten geht. Schade. Wahrscheinlich hat fast jeder von euch schon mal diese pompösen Haustouren auf YouTube gesehen, in denen irgendein Luxusimmobilien... Das hier ist das dümmste Haus nach wie vor der Welt. ...Makler, den Zuschauern... Aber Ennis ist der König der Haustouren. Könnte sagen, was er wollte. ...durch die krassesten Villen der Welt führt. Meistens geht es dabei vor allem um 100 Millionen Villen oder Penthouse-Wohnungen in Kalifornien oder New York. Aber wie sehen eigentlich die luxuriösesten Immobilien von Deutschland aus? Und was ist das teuerste Haus Deutschlands? In diesem Video nehmen wir euch mit auf eine Reise durch die teuersten Immobilien Deutschlands und zeigen euch seltene Einblicke in das teuerste Wohnhaus Deutschlands. Geil. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns bei dieser Gelegenheit doch mal in die Kommentare, welche Besonderheiten das luxuriöseste Haus hatte, in dem ihr selbst schon mal wart. Wir sind gespannt. Wir starten direkt mit dem Haus, das von zahlreichen Zeitungen wie zum Beispiel der TZ, der Augsburger Allgemeinen oder Chip.de als das teuerste Haus Deutschlands betitelt wurde. Nämlich dieser Luxusvilla im Münchner Stadtteil Bogenhausen. Satte 38,3 Millionen Euro fordern die Makler für diesen Neubau. Dafür bekommt der Käufer aber auch so einiges geboten. Zum einen natürlich Platz für die ganze Familie, denn die Villa verfügt über insgesamt 22 Zimmer auf sechs Stockwerken, die insgesamt 1100... Das war jetzt aber doch dreietagig. Ist das ein falsches Bild? ...168 Quadratmeter Wohnfläche ergeben. Wie es sich für ein Luxushaus gehört, gibt es selbstverständlich auch einen großen Pool mit Glaswand zum Schwimmen, sowie ein... Hä? Das sieht ja übelkacke aus, oder? Das ist doch kein geiler Pool. Für 38 Millionen Euro so ein Pool? Das ist doch Quatsch. Das ist doch Unsinn. Warum ist hier hinter so ein dreckiger, komischer, deutscher Baggersee? Das ist doch auch einfach nur hässlich. Das passt hier so gar nicht rein. Das ist einfach so ein komischer Baggersee. Im Hochsommer, so wie hier, sind dann da 25 Hunde drin. Fertig. Auch einen großen Pool mit Glaswand zum Schwimmen, sowie ein Dampfbad und eine Sauna zum Entspannen nach einem harten Tag. Wer sich fit halten will, kann dies im hauseigenen Fitnessstudio im Keller tun. What the fuck? Western Union Werbung in Deutschland? What the fuck? Was passiert denn jetzt? Dein aktuelles Gehalt? So viel könntest du verdienen? Was ist das für ein Quatsch? Lösch die Seite. Löschen. Nein. Die dürfen das nicht wissen, wie viel die eigentlich verdienen könnten. Ist das Gebäude an die herrschaftlichen Villen aus den Zeiten der Jahrhundertwende angelehnt. Es gibt also hohe Decken und viel Licht. Sieht immer aus, als wären das unfassbar kleine, kleine Räume, oder? Wer seinen Blick aus den Fenstern schweifen lässt, schaut dann direkt auf die Isar und den Englischen Garten Münchens. Auch Sorgen, einen Parkplatz zu finden, muss sich der zukünftige Besitzer übrigens nicht machen, denn unter der... Ich muss ganz ehrlich mal kurz sagen, als wir in München waren mit dem Truck, haben wir auch in der Innenstadt gute Parkplätze gefunden. Also das war jetzt nicht so ein Riesendrama. Der Villa befindet sich eine eigene Tiefgarage mit Platz für bis zu acht Autos. Aktuell befindet sich die Immobilie übrigens noch im Bau. Wer also jetzt wahlweise 38 Millionen einmalig investiert oder in Monatsraten... Schnapper! ...arten von rund 8... Der Baggersee ist die Isar. True. 70.000 Euro abbezahlt, kann noch viel Einfluss auf die weitere Gestaltung der Innenräume nehmen. Cool. Allerdings ist die Villa in München-Bogenhausen nur auf den absoluten Preis bezogen, das derzeit teuerste Haus Deutschlands. Was war das denn? Was war das denn? Ist das im Video? Nur auf den absoluten Preis bezogen, das derzeit teuerste Haus... Warte mal, kam der Teufel durch die Türe, weil wir wissen zu werden, was denn hier passiert, Alter. ...preis bezogen, das derzeit teuerste Haus Deutschlands. Wenn man jedoch ein anderes Maß anwendet, nämlich den Quadratmeterpreis, dann stellt sich eine andere Immobilie als die teuerste Deutschlands heraus. Und zwar unglaublich aber wahr, diese kleine Hütte auf Silt. Was? Tatsächlich ist sie nicht nur das Haus mit dem höchsten Quadratmeter... Moving Lama, dankeschön für die elf Monate. ...preis Deutschlands, sondern sogar der Welt. Das 30 Quadratmeter große Haus soll samt Grundstück nämlich 6,3 Millionen Euro kosten. Also pro... Warum? ...quadratmeter Wohnfläche mehr als 210.000 Euro. Dieser irrwitzige Preis ergibt sich allerdings nicht durch die Ausstattung des Hauses, denn diese ist sehr bescheiden. Ausschlaggebend sind hier andere Faktoren. Und zwar gehört auch das 2400 Quadratmeter große Grundstück, auf dem sich das Gebäude befindet, mit zum Angebot. Dieses liegt in der besten Gegend von Silt, mitten in den Dünen und bietet einen unverbaubaren Blick auf das Meer. Wer hier zuschlägt, könnte die einzigartige Lage also auch nutzen, um das kleine Haus abzureißen und durch eine Luxusvilla oder sogar ein Hotel zu ersetzen. Was für ein Quatsch. Das ist fast so teuer wie Köln inzwischen, ne? Also so teuer ist inzwischen auch Köln. Wir haben letztens hier eine Innenstadt gefunden, 35 Quadratmeter Wohnung, 1200 Euro kalt. Herzlich willkommen in Köln, ey. Hier macht's noch Spaß. Hier macht's noch Spaß zu wohnen. Hier ist gut. Kommt nach Köln. ...das Häuschen noch nicht verkauft ist, vermieten es die Inhaber übrigens für etwa 1500 Euro pro Nacht. Allerdings gibt es mit den beiden Immobilien... 1500 Euro pro Nacht für so ein... ...Billien, die wir euch bisher gezeigt haben, ein Problem, weshalb man an ihrem Status als die teuersten Häuser Deutschlands zweifeln kann. Beide wurden nämlich noch nicht für die veranschlagten Preise verkauft, beziehungsweise die Villa in München ist ja noch nicht einmal fertiggestellt. Daher wollen wir euch jetzt noch zwei der teuersten, bisher in Deutschland wirklich verkauften Häuser zeigen, bis wir dann zum mit Abstand teuersten Haus, das es in Deutschland überhaupt gibt, kommen. Da wäre als erstes diese traumhafte Villa, die sich auf einem 3700 Quadratmeter großen Parkgrundstück direkt am Starnberger See befindet und einen eigenen Zugang zu diesem bietet. Zum Preis von 17 Millionen Euro sicherte sich der neue Besitzer aber nicht nur diese absolute Traumlage, sondern natürlich auch riesige Lichtdurchflute. Das sieht ganz okay aus, ne? Also es ist schön so, aber ich finde es jetzt auch nicht so geil. Aber ihr habt ja auch schon gemerkt, ich bin sehr picky, was Immobilien und so angeht. Einen Weinkeller, der keine Wünsche offen lässt. Sehr schön, das sieht geil aus. Und einen beeindruckenden Spa-Bereich, um den ihn viele Hotels beneiden dürften. Dagegen war diese Designer-Villa bei Hamburg, die aussieht, als sei sie aus Stein gehauen. Boah, das finde ich ganz schrecklich. Boah, das finde ich überhaupt, das finde ich ganz, 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 ganz schrecklich sowas. Weiß ich auch nicht. Ich kann euch sagen, warum ich das schrecklich finde. Es hat überhaupt, es hat absolut gar keinen logischen Grund. Aber ich finde immer, oh Gott, das zu sagen ist schon schwierig. Ich finde halt, das sieht so aus wie ein Haus, wo Leute umgebracht werden. Keine Ahnung warum, aber auf jeden Fall passiert hier eine tragische Geschichte. So, also es geht nicht gut aus und eine Person stirbt, aber so richtig, so dumm. Entweder ermordet oder so umgekippt oder Pfeil in die Brust oder, keine Ahnung, Lachs. Wilder Lachs, der an Land gekommen ist, hat den Besitzer gefressen bei Nacht, weil er dann Beine hatte. Das ist die einzige Möglichkeit, wie in diesem Haus irgendwas passiert. Nur deswegen sieht man Schlagzeilen über so ein Haus. Das ist immer wild und super modern. Immer das Gleiche, immer das Gleiche. Ganz schwierig. Mit gerade einmal 3,6 Millionen Euro ein Schnäppchen für den Käufer. Das Luxushaus ist in jeder Hinsicht durchgestylt und man fühlt sich, als ob man in einem... Ah, Bankierei draußen. ...kunstwerk leben würde. Schön sieht das aus für die ersten zwei Monate, wo das Haus danach ist. Grau! Das offene Design kombiniert geschickt die verschiedensten Elemente und erzeugt schon, wenn man die Villa nur im Video sieht, eine ganz besondere Atmosphäre. Natürlich sind auch hier jegliche Annehmlichkeiten wie ein Pool, ein schicker Kamin oder eine großzügige Garage für diverse Luxusautos gegeben. Nach all diesen Häusern kommen wir nun aber zum wirklich teuersten Haus in Deutschland, das alles bisher Gesehene in den Schatten... Finde ich gut. Also hier würde ich jetzt... Also kriegt man vielleicht Rabatt? ...stellt und das im Gegensatz zur Villa am Anfang sogar vom Eigentümer in Teilen bewohnt wird. Und zwar handelt es sich um die Villa von Thurn und Taxis in Regensburg, die den klangvollen Namen Schloss St. Emmeram trägt. Der Gebäudekomplex verfügt über eine Fläche von unglaublichen 37.000 Quadratmetern und die haben es in sich. Glaubt ihr, die haben Platz für Retro-Spiel-Sammlung? Glaubt ihr? Das ehemalige Kloster wurde nämlich im 19. Jahrhundert zu einer fürstlichen Residenz mit über 500 Zimmern umgebaut. Noch heute leben hier Teile der Adelsfamilie Thurn und Taxis und genießen den Luxus des Anwesens. Es ist so groß, dass es hier nicht nur Ost-, West-, Süd- und Nordflügel gibt, sondern diese sogar noch in Bezeichnungen wie innerer Südflügel... Wie geil ist es? Ey, ich komme rüber in den Ostflügel und dann gehst du einfach nur über riesenlange Flure... Wie geil. ...flügel unterteilt sind, damit man präziser mitteilen kann, wo man sich gerade überhaupt befindet. Mega geil. Ja, so muss das. So möchte ich genau so, möchte ich später aufwohnen. Ist das schlässlich, Alter. Wartet, sind die Innenräume nur mit edelsten Möbeln und Deko-Objekten gefüllt und allein die farbenfrohen, prächtigen Kunstwerke, Vorhänge und Tapeten lassen einen in eine Welt eintauchen. Ei, 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 ei. Ist das schlimm. Oh mein Gott, ist das schlimm. Oh mein Gott, das muss ja verbieten. Eie, ei, 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 habt ihr gesehen, dass hier eine fliegende Hundeschaukel ist? Das ist so ein Schloss. Hier könnte man außerdem... Eie, ei, 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 ei. Was ist das hier für ein Geschwür? Warum ist hier so ein roter Sitzessel? Was ist das alles? Das kannst du doch niemandem erlauben. Das kannst du doch niemandem erlauben, sowas zu machen. Oh, ist das schrecklich. Das ist so schlimm. Das muss ich mal live sehen. Kann man da irgendwen mal... Kann da jemand networken oder so? Das ist ja wirklich, egal wo du hinguckst, wirklich schlimmer. Schlimmer als... Das kannst du ja nicht machen. Das ist ja richtig, richtig übel, Alter. Da gibt es Führung, echt. Boah. Und was sagen die dann? Dieses Zimmer hat mein Großvater eingerichtet. Oh, Smiley, danke schön. Danke für den Rate. Ja, ihr kommt zum richtigen Zeitpunkt. Das hier sieht im Prinzip so aus, wie wenn Smiley eine Milchschmitze macht. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Viele Grüße. Oh, Mann, ey. Was für ein wirklich, wirklich schlimmes Zimmer hier. ...in der Fürsten vor Jahrhunderten gelebt haben. Ja, vor Jahrhunderten hat hoffentlich hier kein Fürst gelebt. Generell sind viele der Räume mit Plüsch und dicken Teppichen und Vorhängen ausstaffiert, was Schall schluckt und so für... ...so was brauche ich. Einfach ein Thron. Das ist ja cool. Alter. Müssen wir nochmal kochen. Ja. Mehlschwitze. Nur das. Warum guckt Thomas Spitzer links aus der Wand? Der sucht CBD. Der schnüffelt sich so durch Wände durch und sucht neue CBD-Spots. Ich sehe CBD im Boden. Thomas ist immer flink. Warum guckt Thomas Spitzer links durch die Wand? Ist gut. Ist gut. Oh, boy, ey. Dankeschön fürs Verschenktes. Ein bisschen lieben Chat. Finde ich geil. Falls die Familie neuen Lesestoff braucht, bedient sie sich einfach in der hauseigenen, riesigen... So was ist ja cool, ne? Also so eine Bibliothek ist auf jeden Fall sehr cool. Aber auch krank unnötig, so wie ich ganz ehrlich... Bibliothek, die nicht nur pompös aussieht, sondern auch über mehr Bücher verfügt als... Man kann ja wirklich eine Führung machen. Das war kein Spaß, Nils. Oh mein Gott, ich muss in dieses hässliche Zimmer. Ich will den auf den Boden winkeln. Die meisten öffentlichen Büchereien. Genauer gesagt, gibt es hier nämlich unglaubliche 250.000 Bücher. Wenn die adelige Familie beten möchte, muss sie übrigens auch nicht in die Kirche gehen, denn selbstverständlich verfügt ihr Anwesen auch... Alter, wer hat denn das hier alles eingerichtet? Das ist ja alles so heftig. Über eine eigene, prachtvolle Kapelle mit richtig Platz für Messen. Sogar eine große Orgel für Kirchenkonzerte steht hier bereit. Ey, könnt ihr sagen, was ihr wollt, ne? Selbst wenn ihr jetzt nicht so krass gläubig seid, ne? Aber wenn ihr eine eigene Kirche, wann immer ihr wollt, zur Verfügung hättet und so eine prunkvolle Kirche, sagt mal ganz ehrlich, wie oft würdet ihr einfach schön aus dem Weinkeller euch eine ordentliche Flasche Wein zecken und dann nachts einfach mal alleine im Kloster hocken, ein bisschen Mucke anmachen oder so vor der Orgel sitzen und euch richtig einen reinorgeln und gleichzeitig achtarmig noch einmal hier wegscheppern oder so. Griechischer Wein über die Orgel. Nachts. Macht ja eh keiner was. Eure Kirche. Zweimal in der Woche Maximum, ne? Kirche immer geiler Akustik. Ja, läuft's nur durch. Finde ich gut. 100 Prozent, ey. Außerdem verfügt Schloss St. Emmeram auch über eine fürstliche Schatzkammer, in der die Adelsfamilie wie in alten Zeiten unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen ihre wertvollsten Besitztümer aufbewahrt. Wie anstrengend auch für die, wenn die so am Wochenende mal das teure Geschirr auspacken wollen, dann musst du da am Sicherheitsdienst vorbei. Für deine Teller und so. Übel anstrengend. Neben unersetzlichen Schmuckstücken befinden sich hier beispielsweise auch Pokale, feinstes Geschirr oder jahrhundertealte Reliquien von unschätzbarem Wert. Für Feiern steht auf St. Emmeram übrigens nicht nur ein Partyraum, sondern tatsächlich gleich ein ganzer Ballsaal mit Platz für mehrere hundert Gäste zur Verfügung. Ach und wem ist drinnen doch einmal... Warum sind überall diese Gesichter, die aus der Wand kommen? Oh mein Gott. Wer mal zu langweilig werden sollte, der kann übrigens auch lange Spaziergänge unternehmen, ohne dabei das eigene Grundstück verlassen zu müssen. St. Emmeram verfügt nämlich nicht nur über einen stattlichen Innenhof, sondern auch über einen riesigen Park mit vielen Grünflächen, Bäumen, Wegen, Pavillons und sogar Wasserspielen, die zum Verweilen einladen. Auch eine eigene Reithalle gehört zum Grundstück. An dieser Stelle könnt ihr ja mal schätzen, was ihr glaubt, wie teuer das ganze Anwesen so sein dürfte. Tatsächlich ist es nämlich unglaublich... Ich schätze... Was schätzt ihr? Ich schätze... mehr als 5 Euro. Ich glaub... Ich glaub mehr als 5 Euro. Was sagt ihr? 164 Millionen. Boah, das ist aber sehr genau. Monzi, dankeschön. 150. Ich sag... Ich sag 300 Millionen Euro. Okay, 300 Millionen. Pavlik und ich hier. Wir haben uns direkt... 300 Millionen, 800 Millionen, 320. Okay, ich lass euch noch raten. Ich trink noch ein Schlückchen in der Zeit. 420. 420. Mh, 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 mh. Schauen wir mal. 144 Millionen. 164 Millionen. Hat er das nicht sogar am Anfang gesagt, dass es 164 Millionen Euro kostet? Oder war das nicht schon ein Video? Stand auf dem Thumbnail. Stimmt. Wir sind alle so dumm. Wenigstens seid ihr genauso blöd gewesen wie ich. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. So, nur Nils hat uns einfach... Nur Nils hat uns einfach... Einfach fertig gemacht. 164 Millionen Euro wert, was einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 4.500 Euro ergibt. Einfach super. Habt ihr höher oder niedriger geschätzt? Und das war's auch schon mit den exklusiven Einblicken in das teuerste Haus Deutschlands. Wenn ihr mehr abgefahrene Luxusvillen sehen wollt, dann zieht euch am besten auch direkt mal dieses Video hier rein. Ja, top. Top. Montana Black bestimmt nicht ausgeschnitten auf dem Thumbnail. Leute, ey. Was ist das hier? Warum? Warum schneidet ihr das so scheiße aus? Ein bisschen Mühe, Leute. Ein bisschen Mühe. Och Mann. Ja gut. Ja gut. Ich mein's einfach weiter, ey.